Ich freue mich für diesen kleinen Eindruck in die Reise in den Irak und für das neue Projekt natürlich Christen in der AfD. Wir werden dazu auf www.pegida.de einen Link veröffentlichen, wo ihr am einfachsten dann hinkommt. Schaut einfach mal dort rein. Und als nächstes darf ich begrüßen den lieben Karsten Hese, Mitglied des Bundestages für die AfD. Herzlich willkommen Karsten Hese. Ja, guten Abend Patrioten, guten Abend liebe Mitschreiter, guten Abend alle frühtriebene Menschen hier auf dem Platz und am Livestream. Danke, dass ihr trotz dieses Wetter hier quasi aushaltet. Man könnte auch sagen, der Himmel weint aufgrund der Politik unserer Regierung. Entschuldigung, ich muss hier kurz sortieren, Entschuldigung, geht sofort los. Ja, wenn was fällt, dann haben wir uns im Wetter. Okay, ja, was haben wir in den letzten Tagen erlebt? Verdammter Mist. Okay, der amerikanische Imperialismus und seine Unterstützer aus London und Paris haben es wieder getan. Wie in Jugoslawien, in Afghanistan und im Irak und in Libyen, um nur die prominentesten Beispiele zu nennen, wird ohne mit der Wimper zu zucken, gültiges Völkerrecht gebrochen. Und die Vorgehensweise ist seit Jahrzehnten die gleiche, wie es unter anderem Dr. Daniele Ganser in seinem Buch Illegale Kriege beschreibt. Graf Lambsdorff von der FDP bedauert, dass wir nicht endlich mitmischen. Freie! Freie! Und so wie hier, der Bürgermeister Hilbert, hier in Dresden, beschreibt es auch Herrn Lambsdorff einfach nicht, was das Rollen verliehen. Aber wenn du die Wahrheit sagst, dann bist du der Nazi und ewig bist du hier. Das ist der Braum-Nazis. Ja, das ist der Braum-Nazis. Und das ist die Sicherheit noch untertrieben. Also, Herr Lambsdorff, machen Sie das, was der Post-Union als Satire über Sie geschrieben hat. Gehen Sie mit dem Flugzeug nach Syrien, laden Sie Ihr Gewehr durch und springen Sie mit dem Worten. Bundestraue über Syrien ab. Aber lassen Sie uns mit Ihren Kriegsgenösten in Ruhe. Wir wollen Frieden. Ja, so ist es. Genau. Wie gesagt, da ist es. Du, 12 Jahre, 19-Geschichte, interessiert ein König sein. Und wenn wir drittgrößte Waffenexportler sind, das ist egal. Das ist egal. Und heute sind die andere Mitglieder unserer Bundesregierung nennen diesen Völkerrechtsbruch notwendig und angemessen. Schlimm, was hier abgeht, Junge. Angemessen wäre es gewesen, die Behauptungen und Beweisvideos der Weishelme über einen vermutlichen oder vermeintlichen Giftgaseinsatz durch die syrische Regierung nicht blind zu glauben. Die Weishelme, Sie wissen das, eine aus Amerika und Großbritannien finanzierte Gruppe, schon mehrmals nachweislich Waldschmeldungen in den Umlauf gebracht hat. Angemessen wäre es gewesen, die Untersuchung des, der OPCB in Ungarn zu warten. Angemessen wäre es, die russische Regierung nicht bis aufs Messer zu reizen und damit einen Flächenbrand zu riskieren. Und diese Demütigungen und Dämonisierungen Russlands sehen wir seit Jahren. Ein wahrscheinlich Ihnen auch bekanntes Zitat sagt, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Allerdings die Wahrheit ist das zweite Opfer des Krieges, weil die Neutralität schon vorher verloren geht. Und dieses Fehlen der Neutralität bei der Berichterscheidung über Russland sehen wir seit Jahren in unseren Qualitätsmedien. Da wird gelogen, dass sich die beiden bewegen, da werden Meldungen der führischen Beobachtungsstelle ein einziger Mann in London für Menschenrechte und geprüft verbreitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal.